so eine schöne nachmittag liebe leute wir kommen zu vorgeist wird das schon der battle erzogen das werden wir vielleicht später noch spielen mal schauen wir machen jetzt erst mal in vorgeist die tägliche aufgaben jetzt hat er glaube ich trupp jubel wechseln 640 was what the fuck dem da jetzt okay eine aufgabe weniger gemacht dafür gibt das 640 also trupp und soja ich denke ich würde er gerade ich hätte gerade echt nur bock auf die beiden shows wobei ich dann doch eher ein solo spiel möchte oh gut das sind dann halt 960 oh ja 960 spd oder wie ich da heißen prestigestufen egal im moment die hatten ein bestimmtes wort und das wie hugel triumph irgendwie sowas wir bleiben einfach bei xp ist es einfacher sind jetzt 960 was hat mir dann von 240 dann eines und 120 sind 360 360 320 sind 680 680 also ja gut da bekommt man jetzt dann irgendwie 280 mehr krass ja das ist schon viel das ist ein level up also ob man das alles in einer show schaffen also in einer truppshow in drei runden qualifizieren naja da hast du direkt schon wieder eine stufe gemacht vogelpack mein freund der baum naja den hund haben wir ja schon okay die stocken dann auch nicht interessanter im mord was ist denn das schäumiges alien antikes artefakt für tausend rosenstock das sieht echt hübsch aus ob das würde ich mir tatsächlich jetzt 200 box nehmen wir ja da kommen das nehmen wir auch haben wir irgendwie neue show schneegelstolper ja ich glaube dass ich vermute mal das ist dann einfach so eine normale soloshow mit mit reinen winterspielen wir fangen direkt mit der trip schauen genau das erwart ich mal sehen wer wir uns da anstellen ja da fällt jetzt trotzdem an oder lol waren wir denn nicht 60 schweb da das ging jetzt nicht so auf ich bin der erste sonst wobei da kommt aber wir kommen alle ziemlich naheinander das ist das ist ja da und plötzlich wieder sagt sehr gut denke aber wir sind safe dabei weiter in der nächsten also es ist eigentlich egal ich brauche in der soloshow silbermedaillen aber da würde ja eine 3-truppe ja gut weil da einer gefehlt hat ach Türen auf wirklich naja ich hoffe es wird dann bald wieder zum rednern anfangen oder so oder zum stimmen damit es wieder ein bisschen abgeht ja ah intrusant das ist auch ein bisschen anders das ist auch ein bisschen anders bald denn so heißt das ist auch ein bisschen zu überlen steht aber die what the fuck das hat mich jetzt so zurückgeschmissen wahnsinn das ist das problematisch sind genau deswegen finde ich das nicht so gut wir haben nur 30 punkte gemacht das ist schon auch wirklich wenig ouch ja gut da sind wir der falschen tür angesteuert 320 sind wir bei der nächsten truppshows truppshows zwei mal für qualifizieren sollte sich das doch ausgehen das wird auch noch eine stufe machen ach jetzt haben wir soloshow interessant wie es von 20 auf 58 gesprungen ist jetzt kommt wieder dünn auf aber wir dürfen nicht nach vorne laufen wir hätten uns hier schon weiß ich nicht jetzt rechts machen müssen da das 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 war's für heute. Junge, ich komm nicht durch. Ich hasse den Laufmittag. Das fängt schon mal überhaupt nicht gut an. Das ist eine reine Glückssache. Das war's für heute. Das ist schon wieder so, oder? Wir werden jetzt für den Turnoff haben. Ich habe keine Würfe. Das ist schon mal gut. Das ist nämlich unser Neuersatz. Das ist Turnoff. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das? Das war's für heute. 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 Ja, das war's für heute. Vielleicht hatten wir echt nicht mehr seit dem die 6. Season angefangen hat Keine Ahnung Okay, das ist neu einfach Keine Ahnung, Kirscher Junge, was ist dein Problem? Äh, Apfel, Melone, Orange, Traube Kommt Banane auch noch dazu, Apfel sind wir da wieder, äh, Banane, Kirsche, Melone, Traube Wie der Apfel Ah, ihr schmutzige Leute, ey, wirklich Wurde er mich da wieder runter, mich da runter schmeißen und gehe zu Silber Wow, das sind echt 12 Leute rausgefahren Krass Warte, wann ist mir schaumkackst du? Ich guck jetzt, wir prüfen nochmal schnell, aber ich hab das stuff jetzt angegeben, oder? Ja Ja Das Spiel wird angezeigt Okay Wow Äh, die30er Ja Ja so viel sind jetzt schon rausgefunden so was war das jetzt was scheiße das richtig wird getarnt ist er der einzige gerade da kommt niemand mehr nee da sind schon mehr durchgekommen vier Leute ok ja das waren jetzt auch noch zu silber gut 90 ich komme dann auf 90 ok wenn wir uns noch für zwei Truppshows qualifizieren Truppshowrunden ja ja wenn wir jetzt wieder so der Show bekommen dann nehmen wir das erstmal kurz raus und wählen dann Truppshows ok wir sind wieder Truppshow nice zwei Runden ey wir müssen uns dann für zwei Runden qualifizieren Partymaler ok jetzt wieder in der Rennrunde sehr gut gut das wird mir schaffe so wo sind wir? rechts natürlich boah ey auch egerhaft wenn mich auf der Laden und dadurch ähm Tempo verlierst ja ich bin nur noch verdreht ich bin nur noch verdreht ja komm äh das wird auf jeden Fall so auch wir sind jetzt schon so wieder durch ey krass und da ist der nächste von uns dann ins Ziel gekommen na gut drüben position 1 gar da interessant Ich glaube wir werden trotzdem Zweite oder Dritte Oder wir sind der Erste Der steht noch ganz am Anfang ja der wird keine Punkte mehr machen Ja Gut das war ein ganz klares Siegel Erster Platz ey, der sieht auch interessant aus Der neben mir, äh Gröner mit der Wolke Hat auch was Wolkenrennen Okay, mal schon Bin ich da jemals erster geboren? Ich bin mir da leider echt unsicher Ich glaube einmal schon Ach ich zieh zu viele Hä, was hat mich da jetzt zurückgehalten? Ich werde jetzt auch noch Pfff Ach, komm. Fast. Dreck. Ah, da bin ich jetzt fast erster geworden. Was macht der? Was macht der da? Ah, komm. Um aufzutrauen. Geh da einfach durch, ey. Du konntest vorhin doch gerade durch, ey. Was ist das? Jetzt sind wir plötzlich wie der Erste. Und der ist gerade irgendwie zu dumm, ey. Hey, der konnte doch vor... Was macht der zur Hölle? Na ja, wir sind Zweiter. Und wir haben unsere Aufgabe erledigt. Ich sehe schon, der würde uns so runterziehen, als ob er da nichts ohne. Aber das wäre es nicht mehr schaffen. Schneeballer Überlebenskampf. Haben wir uns sehen, ob er direkt rausfliegt, ey. Aber da könnte ich... Könnte jeder... Mal von rausfliegen, wenn er Pech hat. Mal schauen. Wir haben uns da anstellen. Nein, 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 nein. Tanneh, weg. Das war's. Ja, war das so klar, dass der da rausfliegt? Was? Uff. Sehe ich das richtig? Das 5. Team macht gerade auch keine Punkte mehr? Das heißt, wir sind dann noch so weitergekommen. Uiuiui, okay. Wir sind sogar dritter geblieben. Krass. Ja, da sind dann viele rausgehoben dann. Und wir sind dann noch weiter. Vier, vier... Was? Eine Truppe ist nur noch... Äh... Steht nur noch aus drei Leuten? Okay. Uff. Ja, gut. Die sind da noch ein bisschen im Nachteil gerade. Oder? Ist das jetzt schon Finale? Ich meine, mit vier Truppen... Wo ein Trupp... Ähm... Wie... Okay. Tatsächlich Tempel darin. Ja. Mal schauen. Gibt es ja nicht, dass wir das gewinnen haben. Äh... Es wäre schon ein wenig würzig. Wow. Da sind wir alle direkt... Naja, das sieht nicht gut aus. Der hat's echt noch gewirbt. Krass. Ah, ich werde jetzt auch rausgefunden. Ah, ist auch... Ne... Der war jetzt nicht ganz alleine, oder? Der war jetzt ganz alleine aus seiner Truppe. What the fuck? Einfach zweimal Silber und dann gut. 27er-XP. Es gibt das... Kriss-Kross-Muster. Ah, ja. Und dann bekommen wir wieder 100 Shopbox. Und dann machen wir jetzt Solo weiter. Dann machen wir jetzt Solo weiter. Da ist es eigentlich egal wie viele da sind. Oh, nein, das ist eigentlich egal wie viele da wir sind. Oh, nein, das ist ja so. Ah Gott, ich habe es wieder nicht gepackt. Naja, erster werde ich nicht mehr. Ne, das Zechten ist einfach dumm, aber es ist wieder Zipper geworden, krass. Gut, in dem Punkt ist es doch gut, dass wir voll zielig waren. Sonst hätte ich vielleicht doch keinen Zipper bekommen, wenn wir weniger als 60 gewesen wären. Wie glaube ich, nur noch einen Zipper mittlerweile, oder? Fruchtzimmer, naja, da bekommen wir das. Ja. 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 bahn an ok 1, 2 Bananen, 3 Bananen, ok 3 Bananen, 2 Trauben und dann eine grüne Frucht. So, wieder 3 Bananen, schon wieder Bananen ey. Jetzt haben wir 4 rote Früchte, wow, 3 von den Trauben, 2 von den grünen. Waren 4 rote, ja? Ich hoffe, ich hoffe das waren 4 roter. Ey, das hat jetzt keiner gesehen oder? Ach, ich war doch richtig ey. Ich Idiot. Das hätte jetzt echt nicht mehr sehen dürfen. Das gibt jetzt echt nur noch Kodos oder? Äh, Kodomünzen. Das bei U-N-Fuh. Du hast jetzt schon noch Kodos oder Kodos oder Kodos oder Kodos? Das macht nichts aus, ey. Ich mach das hier, mach das überhaupt nicht. Oh, das geht auch nicht drauf. Eieieieiei. Ach, das war kein selber mehr. Schade. Severus war. Ja Okay Ich glaube ist schwer oder was Okay Ah Perfektes Paar Okay Da 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 Das sollte hofft nicht funktionieren Warte 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 Beut Warte ary Warte Warte Ross Warte 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 Traube-Oranche Das ist das Orange-Melone-Traube Äh, Apfel Okay, Apfel da hinten Gerade noch so gesehen Apfel, Traube, Kirsche, Banane Ein bisschen Orange ist da hinten, okay Das habe ich in Melone gar nicht gesehen Apfel war da, oder? Ja Okay Wow, ich hätte gerade echt nur Glück Wow Das ist noch gezielt, ey Ich bin in der MLA Tja, da bin ich noch weiter Ton, Ron, auf Wie spät ist das jetzt? Puh, okay 18 Er hat 20 vor 6 Also, ich spiele 19 vor Und dann, äh 2 Stunden DVD Ja 2 Stunden das, 2 Stunden das Passt Ach, komm, man Hör auf mich zu gewerben, ey Oh no. Ganz vergessen ey, das haben wir verkackt. Oh no. Ich bin gerade noch als er ist, dass er reingekommen ist. Pfff, ufff, gerade noch, ey, Silberausbräuer, okay, der ist aber raus, das sind aber nicht viele rausgefungen, nur ein Stück, ja, nein. Ja, ich bin so, wo du so mein Affirmats, oh, jetzt kommt noch Broke, warte, geil. Naja, das heißt, wir pumpen ins Finale. Oder? Halbfinale. Ich zeige, jetzt kommt noch mal Halbfinale, weil das doch zu viele sind, dann. Der heftige, der heftigste, der ist rausgefahren. Naja, dann dachte ich mir schon, dass das jetzt kommt. Oof. 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 Waaat? Okay. 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 There are also a few people out there. It surprised me. How many people are out there. From the 22nd. Minusens the 11th. A little more than the 11th. 13. 13 people are flying out. Good. The 11th are still there. So, what's that for now? Rollbahn. Ah, come. Hmm. I've never really experienced it. Ah, this will be so difficult. I find Emily. Okay. Oh, let's just go. Everyone has it, man. Hm... hm hm, sehr gut Ist schon eine ausgeschieden Ah, und der Zweiter Jetzt wird sie eh gehaft Ja Ja Mach mal was an Queen Emmerlin an ist noch einmal an Einmal sehen, ob sie gewinnt Sieht gut aus Ja Ist jetzt tatsächlich geschafft ey Die hat auch schon einen interessanten Namen Ja, komm, machen wir die Pause wieder einen Stuttentakt Ja So, auf den Zehenspitzenturnier habe ich gerade keinen Bock her Wir schauen uns das Schneengestürb an Gestolper Ich kann mir ungefähr vorstellen Wie das abgeht Also es sind hauptsächlich die Schneerrunden dann So, wir machen jetzt mal eine kurze Pause Ich bin der Ich bin der Untertitelung des ZDF, 2020 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 hallo die dreckige Hase vorletzter wegen den dreckigen Hasen der uns da von hinten genommen hat damit wir runter geflogen sind das ist ja eine ok das ist ja tatsächlich nur einer so muss sie dann gewesen sein wir müssen echt auf die mehr auf die anderen spieler aufpassen interessant ich bin nicht so durchgekommen was so spät bin ich durchgekommen ach der meine gut ich sehe sie nicht ja die ist schon wieder durch wir sind sie dort noch auf da direkt unter mir nehmen den Huhn Frustspitze die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 wow anstrengend so in der nächsten von der Witzwitzzeuge ah da waren 200 im Rand lol da ist sie da ist sie direkt rechts von uns die müssen wir dann was steht sie denn wo steht sie denn wo steht sie denn da 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 Gut. Was denn, 19er haben wir ja schon, oder? Ah ne, 10 Minuten vor. Okay. 9 Minuten vor. Oh. Oh Gott. Das hat mich zum Glück nicht mal gegrobbed. Wie sind wir da ins Ziel gefunden, krass, ey. Ja, da haben wir es übergemacht. Schöne Sache. Oh, 45 Leute können sich qualifizieren, krass. Das ist schon viel. Ja, bin gespannt, ob wir die nächsten zwei Runden auch so machen können. Oh, ne, 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 exe ist da, oder war ja, okay. Da müssen wir jetzt im Ski-Flugel wirklich gut zahlen. 45 Leute, ja, da könnten wir tatsächlich dann auch neunter werden, um selber zu bekommen. Mal schauen. Okay. Ich weiß nicht was das gerade war Das sind näher das konzern würde vergessen Boah die Scheiße Okay das ist dann nur auf Browser Das hat mich ein bisschen zu sehr aufgehalten Ich dachte ich könnte damit mir einen Vorteil verschaffen Aber nee das hat mich nur abgebremst Aber ziemlich hell Das hat mich ein bisschen zu sehr aufgehalten Schade Schade Frostspitze natürlich Und da jetzt plötzlich Goldmache Das ist was Ja M.K. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sieht gut aus, ja Ah, die Hexe ist vor mir Und so ein Missgeschick Ja Diesmal kann ich mir abschmecken Hach Ah, ich muss springen, ich Idiot Oh, das wird sehr knapp Das war jetzt mega krank, das war nicht mal Ich voll Silber auf Rose und dann gar keine Medaille Jetzt fehlt mir nur noch die Goldmedaille, dann habe ich alles gemacht Und rausfliegen Und rausfliegen Ich war so weit vorne Tja Wenn wir uns da mal qualifizieren könnten, ey Okay, das wär's ja Das macht die Sache natürlich einfacher Also ich war's noch nicht mit zu vielen Leuten für eine andere Rolle Oh Wie viel waren wir jetzt? 20? Mit 17 Leute? 15 Leute Ich hab 15 Leute Finale runter Ich hab 15 Leute Finale runter Pfff Wird eng Wird eng Ach, Sprungprobe kommt jetzt das Finale Das ist was anderes Trotzdem mit 15 Leute Wir müssen einfach mal 14 rausfliegen Also kann da was anderes als Finale auch kommen Interessant Aber ich hätt's eher schon gedacht, dann ist alles wieder da kommen Ach, naja Ach, naja Oh, das ist das schon Oh, okay Claro Oh,ysics Oh 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 Siri Oh 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 Oh, okay, das wird schon eng, oder? Ach du mein, der fass. Das war jetzt schon ein bisschen gemein. Jo, why not? Sind die Leute schon da rausgeflogen? Der hat es nicht mehr geschafft. Aha. Tch. Okay. Wir gehen ja noch 104 auf das G-Mail. Ach ja, Schau da. Guck, wie sind wir noch so mehr gemacht heute? Aber gut. Jetzt sind wir 19 Uhr 2. Okay. Ich schau jetzt noch mal kurz, was wir noch alles bekommen. Erstmal das Gesicht und dann das Graue. Okay, dann auch ein Scheiße-Dohne-Rucksack. Glüppsch Augenmuster. Ach du meine Güte, wie sieht das denn aus? Das ist das episches Volkssaxofon. Ah ja, und dann schon mehr. Ja, okay. Interessant. Ich sehe, er hat ja echt nicht mehr viel. Da fehlt uns noch was. Sternenlichtfarbe. Ey, das sieht doch geil aus. Ach, Moment, was war das jetzt? Krone Rang. Ah, Kronenschirm. Moment, ist sowas jetzt auch denkst du? Nein. Nein. Das ist f***ing so einsam mit den Stufenübersprungen. Nein. Spiele die Chance, um die Lohnung zu überverdienen, verdiene mit jeder Runde Prestige, um in Season Pass Preise zu erhalten. Ja, okay, Prestige. Das weiß ich nicht, die sind ja wirklich, okay. Du kannst nicht nur springen, Heften und Dinger greifen, sondern dich auch mit Dingsbewegung an die Kamera anpassen, ja. Prestige. Okay. Naja, gut, wir sind uns dann gleich wieder in der Partei, also. So, bis gleich.